Ich möchte Bilder optimieren für Web. Dazu gehe ich als erstes, wenn ich in Photoshop bin, unter Bild und Bildgröße. Dieses Portrait hat nun eine Massigkeit von 1500 Pixel auf 1713 Pixel. Das ergibt hier eine in Zentimeter gegebene Massseinheit von 12,7 cm auf 14,5 mit einer doch sehr hohen Auflösung fürs Internet. Die Datei erkennt man auch hier 14,7 MB. Das ist eindeutig zu viel, wenn ich dieses Bild im Internet platzieren möchte. Ich gehe nun auf Datei und gehe auf Exportieren für Web Speichern. In dieser Ansicht sehe ich das Bild eigentlich gar nicht. Ich muss da die Lupe nehmen und das Ganze mal ein bisschen verkleinern. Farblich dürfen Sie sich nicht auf diese Vorschau verlassen. Farblich stimmt die nicht. Das kann man hier vergleichen mit dem Bild im Hintergrund. Also nicht auf Farbe achten hier. Ich bevorzuge die Zweifach-Ansicht hier oben. Dann sehe ich hier das Original. Das komprimierte TIFF hat 7,35 MB, also die Hälfte. Es wird um 50% komprimiert. Und das Bild auf der rechten Seite hat mit dieser Einstellung JPEG sehr hoch optimiert. Und Farbprofil einbetten, in sRGB konvertieren. Mit dieser Pixelzahl, die gleich ist wie das andere Bild, noch ein Dateiengewicht von 710 KB. Nun 1500 Pixel. Sie sehen, wir haben hier keinen Massstab, also keine Millimeter oder Zentimeter. Ich gebe jetzt hier mal 360 Pixel ein in der Breite. Wenn ich die Kette so belasse, wird automatisch auch die Höhe berechnet. Und das Bild wird dann kleiner, mit 33% angezeigt. Ich zeige es mir in einer 1,1 Ansicht. Und nun sehen Sie, wie mit einer Pixelbreite von 360 Pixeln das Bild im Web dargestellt würde. Wenn ich links unten hier auf Vorschau klicke, öffnet sich mein Webbrowser und ich sehe das Bild nun auch in der Farbigkeit korrekt, mit eingebettetem sRGB-Profil, mit der Breite von 360 Pixeln und einer Größe von 48,49 KB. Also ein solches Bild wäre dann wirklich optimal für eine Ansicht im Web und auch von der Qualität her sehr gut aufbereitet. Wenn mir das zu wenig ist, gehe ich mal einfach und verdopple das Ganze und sage mal 720 Pixel. Es lässt sich jetzt rechnen. Es ist die 1,1 Ansicht. Original wäre mit dieser Auflösung 1,69 MB das TIF. Und das JPEG hat 168 KB. Und ich werde mal nun einige Bilder mit dieser Pixelbreite von 720 Pixeln automatisiert in Photoshop abarbeiten lassen. Also die sogenannte Stapelabarbeitung. Wie ich einen solchen Prozess automatisieren kann, das gleich im nächsten Movie. Bis zum nächsten Mal.